hallo schön leute und herzlich willkommen zur siebten folge von minecraft king battle heute sind wir beiden superprofis von minecraft wieder am start martin und ich jawoll so sieht aus und heute legen wir mal mit fleiß weiter und schauen dass wir unsere hülle fertig machen ich brauch du dann gleich mein x das mache ich auch zack und dann ab auf den gehst aber gut wir gucken jetzt dass wir erstmal noch so ein bisschen barmen können und dann werden wir den standort wechseln genau also ich bin ja immer noch hier unten in dieser in dieser hülle drin hier und dummy ist immer noch ein bisschen weiter oben und ja wir schauen einfach mal wie es vorangeht ich weiß vor allem auch nicht wie groß der abschnitt hier noch bei mir ist okay da ist auf jeden fall zumindest gold aber das zeug ist gewachsen das heißt jemand war in der nähe hat man hier geht es raus oder was ist das hier das ist laber alles okay das ist schon warum ist es hier denn so hell ja jetzt wirklich nur ein bisschen dauert also ich denke nicht dass der komplexe so groß ist aber im zweifel steißer wahrscheinlich mit drunter wie gesagt ich glaube das ist echt ganz unten an diesen da war sie sich in labersee denn das obsidian dann ja genau da haben wir alles mal zwar ist dann hoch ich finde ich so dass eine kurde die kann ich mitnehmen dann kann ich mir gleich noch ein power 2 bogen machen haben wir das auch schon mal ja ich glaube hier ist es sogar zu ende der namen daran sind das so wer hier ist zu ende da war aber noch ein bisschen bis gold ist mitnehmen konnte habe ich mal den bürgen jetzt zusammen gemacht und dann mache ich mir noch ein paar pfeile jetzt also hier ist alles fertig da ganz oben ging es auch nicht weiter nee okay dann glaube ich komme ich zurück wichtigste zeug würde ich mitnehmen muss erst mal ein inventar ein bisschen sortieren das ist voll ohne ende da ist noch eisen das noch eisen teile wo was höre ich hier ich höre irgendein mob brauchen wir redstone oh okay da geht es nach oben äh redstone nee ich glaube ja nicht ne mach das mal zu redstone blöcken okay bevor die ich dann ein bisschen platz sparen haue ich mal ab wollt ich gehe in die falsche mitnehmen bringst du mich mit die knochen die lasse ich mal da da habe ich viel müll hallo skelett brauchen wir noch leder tausend skelette hier was denn los äh leder weiß ich gar nicht du musst die kärze aber mal mit ne holy shit sind hier mobs ja 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 halt auf mich abzuballern hier ach da bist du gut noch die letzten steine daraus bauen hier das ganze zeug von uns ab und oder willst du noch was entscheiden ne wenn du noch entscheiden willst dann lass ich es noch schnell stehen ach da bist du hi hey da liegt noch erfahrung die wollte ich eigentlich haben okay hab sie na gut dann lass ich es noch schnell stehen da mache ich ja irgendwas zum enchanten ich überlege gerade so was bräuchten wir denn alles ein bogen bräuchte ich halt in erster linie mal den kann ich dir machen ein bow wäre nicht schlecht ich hab auch nur nur sechs pfeile ich hab noch vier dias hier davon kannst du eigentlich sogar schon einen hut machen wie dein helm ja hut äh schuhe würden halt gehen ach ja stimmt schuhe es sei denn ich mach mir eine dia spitzhacke da hab ich schon eine also ich denk nicht dass es ich hab sogar schon einen bogen okay dann kann ich den verzaubern und dann stärke stärke ist super da nehm ich die acht pfeile hier noch mit die kno brauchen wir eigentlich alles alles nur so klein zeug so ich hab da noch eben das zeug reingepackt waren da noch dias denn ne oder ne ja ich kann ich kann mir schon schuhe machen also ja das kannst du machen so diamantstiefel hoffen wir mal dass wir irgendwas schönes bei der verzauberung drauf bekommen ja ein bisschen schütz oder sowas ja schütz ah das passt gut wie das aussieht ähm schusssicher wasser affin schärfe haltbarkeit ich hab noch sechs level ich kann mal schauen wenn ich mir noch äh äh ein schwert mach ob ich vielleicht noch eine höhere verzauberungsstufe drauf hast du noch eisen ja okay ne ich geh hier nochmal schnell ein bisschen die haltbarkeit vielleicht haben wir noch was übersehen naja redstone haltbarkeit ist nicht so geil ja du kannst die schwerter die du mit haltbarkeit oder so verschwendet hast ja auch nochmal zusammen ins Inventarfeld tun kommst du noch ein neues Eisenschwert raus kannst du auch nochmal einen Schaden okay ich hab hier noch weiß nicht ich wollte mir Lava Eimer mitnehmen ja würde ich einfach machen oder so für den Kampf mal na eben oder für Tiere oder sowas die können wir dann kurz ja gut ich mach mal schnell zwei Eimer dein Wasser Eimer hast du noch ne ich hab meinen Wasser Eimer und hol mir jetzt noch äh Lava so viel im Inventar hey boah so auf diese Eisenspitze Achtung Zombie oh du hast du langst nur ein Zombie ist es alles gut ja Creeper wären schon schlimmer aber unser Enderman ist weg unser treuer Begleiter ich hab ja Folge 4 extra ähm unser Freund der Enderman genannt ja hab ich schon gemerkt war ja auch unser treuer Begleiter war immer hier und hat fröhlich Blöcke vor sich hergeschoben alles aus den Öfen hier machen wir bohle Blöcke Redstone brauchen wir nicht nee das schmeiß ich ja weg komm wir hätten zu Blöcken gemacht falls wir's doch brauchen sollten okay das schmeiß ich mal weg ja das kann ich mal mitnehmen mal zwei Blöcke wir weg und wie meintest du mit dem Haltbarkeitsschwert wie soll ich das zusammen craften damit dem Schärf oder wie ja nicht mit dem Schärfenschwert das machst du im Amboss dann aber Haltbarkeit und Schärfe das brauchst du eigentlich nicht machen okay du kannst die Schwerter zum Beispiel im Crafting Table übereinander legen dann bekommst du ein Schwert raus aber das hat dann keine Verzauberung mehr verliert die sozusagen ah ok das wusste ich nicht falls du dann Müll drauf bekommst da kann man sich noch eins draus machen bevor man wieder zwei Eisen verschwindet ah ja ok ähm bei mir du hast das Eisen mitgenommen oder ich hab noch alles brauchst du noch was ja nicht akut passt schon alles gut ok gut also ich hab hier eigentlich alles was ist denn in der Kiste dann was er noch brauchen könnte ne das Fleisch nehme ich mal noch mit eigentlich alles sinnvoll ach Lapis Lapis die Kartoffeln ich hab das Kuchen ist zu aufwendig zu machen das ist viel teuer Sticks das Schild nehme ich mal mit Schwarzpulver für TNT vielleicht ja nehmen wir mal mit ja ne und sonst noch der Rest ist eigentlich relativ wertlos würde ich sagen nein habe ich Federn habe ich ohne Ende das Papier nehme ich mal mit damit es keiner bekommt falls jemand herkommt ich hab gesehen es gab tatsächlich ein paar Teams die halt auf der Suche nach Zucker da waren und keins gefunden haben ok also bist du soweit fertig mit dem Zeug hier ja dann kann ich es abhauen ja so zack und dann würde ich sagen gehen wir hoch die Öfen die kann man jederzeit wieder neu craften das ist ja das ist ja nur Stein Holz hab ich auch noch ein bisschen ok alles klar dann machs gut liebe Höhle war schön mit dir die ersten 5-6 Episoden ok gut Skeletik modier ich mal hier Hauptsache es schießt mich ab oh da ist sogar noch eins sterben bitte nicht sterben äh du hatte ich jetzt so konkret ehrlich gesagt gar nicht vor ok ok dann passt ja alles wir finden den Weg ich weiß nicht wollen wir Richtung Spawn gehen oder das ist ja jetzt echt die Frage wo wir hinwollen ne weil Spawn ist halt hier zum Beispiel das Portal in den Neta da können wir halt nochmal richtig viel Level farm weil Zeug haben wir jetzt genug für Schwerter und so weiter ich denke mal wir gehen Richtung Spawn ok dann machen wir das doch gut wo geht's nochmal Richtung Spawn ich glaube ja ich glaube da auf dem richtigen Weg da auf jeden Fall ja ungefähr das stimmt da ist ja eine Schlucht hier genau nicht rein springen am besten ja genau ich weiß es verleitet immer wieder dazu mal einen kleinen Trip nach unten zu wagen aber mal lieber nicht ich glaube da lang ja gehen wir mal einfach die Richtung so ich futter mal noch kurz was zumindest regnet es nicht und es ist nicht Nacht also wir haben schon mal Fortschritte gemacht ja irgendwie komisch ah ne das ist der World Border andere Richtung genau in die andere Richtung ok ach ja stimmt wobei es fast verschrien hat die Sonne geht unter oh naja es wird schon nicht so schlimm ein paar Skelette noch abfarmen und spinnen vielleicht droppen sie wirklich ein Skelett so einen schönen Bogen mit Flamme oder sowas ja droppen die sowas ja aber sehr selten ok es gibt ja auch Skelette die zum Beispiel einen entschadeten Bogen im Inventar dann haben ja aber ja es ist wirklich sehr selten ok du hast noch eine fette Hülle ja ich hab bisher nur ich hab bisher nur immer ähm Skeletter gefunden die irgendwie äh halt schon einen Bogen bei sich hatten aber dann so einen halb kaputten und ohne Verzauber ja genau das ist dann gleich schon gibt ja auch zum Beispiel Zombies hier so mit Rüstung oder Schwerter ja aber ich würde sogar sagen wir sind fast sogar schon kampfbereit ja ich würde halt irgendwie schauen dass wir vielleicht noch ein paar Pfeile machen oder sowas Pfeile habe ich sogar 50 Stücke schon also können wir mal aufteilen das ist kein Problem wir haben noch einen ganzen Stack Federn und immer wieder Pfeile machen Travel habe ich auch noch 37 dabei da ein bisschen Feuerstein farmen dann geht das das klingt gut läuft besser als gedacht sogar wirklich ja also von den Teams äh die jetzt aktuell aufnehmen und bei Folge 6, 7, 8 sowas sind äh würde ich schon sagen sind wir mit einer der best ausgerissen wo wir am Anfang so ein bisschen getrödelt haben ne ach finde ich eigentlich gar nicht so also wir haben ja eigentlich die erste Folge haben wir eigentlich so rumgeirrt ne ja genau ja gut aber da können wir eigentlich im Prinzip nicht viel für wir hatten halt das Eisenglück ja wo bist du äh ich bin einfach geradeaus weitergegangen ich bin direkt vor dir hier ja gut da time out connection lost time out okay gleich mal wieder drauf join würde ich sagen ja unknown host ich komm nicht um so uh was ist da los unknown host das ist schlecht äh okay ne ich komm nicht mehr drauf ja also liebe Leute ihr habt gesehen wie das Server jetzt abgeschmiert ist connection lost ist sogar noch team speak team speak abgeschmiert oh hallo neun ne ist gerade irgendwie alles abgekackt ja es ist alles abgeschmiert also das TS auch ja team speak ist down und der Server ist down und ja das ist schön das war mir eine fast fast fertige Folge ja da müssen wir mal die ganzen Admins und Hosts fragen was da passiert ist ich meine wir hatten eh nicht mehr so viel Aufnahmezeit also uns sind jetzt es wären aber 1-2 Minuten gewesen ja genau 2 Minuten nur so verloren gegangen aber es ist halt trotzdem irgendwie ärgerlich ja okay alles ein bisschen komisch jetzt gerade ne ja also du standst irgendwie nur da also ich glaube ich war noch ein bisschen länger auf dem Server du bist bei mir auf einmal nur da gestanden so und da hast du gefragt äh wo bist du oder sowas ne und da hast du so hey hier vor dir und da bin ich rumgesprungen und in dem Moment bin ich dann auch runtergeflogen ich hab das nämlich nicht gesehen gehabt und dann war ich auf einmal weg und dann wenn ich jetzt auf den Server gehen will steht da unknown host oi 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 ja also da geht nichts mehr deswegen äh würde ich sagen wenn wir noch diese 1-2 Minuten haben dann klammern wir es einfach an die nächste Episode dran ja genau und äh spielen die 1 Minute dann noch fertig und dann gibt es halt dann normal die 15 Minuten und ja das musst du einfach ein bisschen zurechtschneiden denn das geht schon ja aber wie gesagt für heute können wir euch leider nicht mehr bieten der Server ist down genau und ja aber wir haben ja soweit alles erreicht also passt noch die Höhle fertig gemacht alles mitgenommen also es war zumindest produktiv die 14 Minuten die wir aufnehmen konnten und ja dann würde ich sagen sehen wir uns das nächste Mal wieder neue Folge King Battle und äh dann gibt es demnächst auch mal einen Kampf also freu dich drauf ich schreibe mir nach Konfit dass Nitrado abgekappt ist das kann sein ja das würde zumindest erklären warum alles weg ist ja aber gut okay gut ja dann sagen wir bis zur nächsten Folge beziehungsweise wenn da noch was kommt hängen dann die 2 Minuten oder 3 Minuten hinten dran noch genau so machen wir es genau gut alles gerade dann bis zum nächsten Mal Leute ciao 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 bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.